Ja, hallo und herzlich willkommen bei meinem Video auf meinem Kanal. Und zwar heute mal mit Rocket League. Und zwar, ähm, suchen wir hier gerade noch den letzten, äh, drinnen. Also, wie auch immer. Es geht auf Punkt. Und er geht los. Oh, ja, klasse. Okay, ich bringe mich da mal vor. Die klappen sich erst mal. Also, wie gesagt, ich spiele das jetzt gerade, ähm, zum ersten Mal. Deswegen muss ich auch richtig auch einige. Ja, die wir sonst nicht hier haben. Ja, das, das wird doch nicht werden. Okay, also, der Ball ist jetzt bald wieder im Tor der Gegner. Und, ja, keine Ahnung. Ach, scheiße, das war knapp. Halt mal so richtig, nur wie du es knacken. Nee. Ah, ich mach ihn hier mal wieder weiter. Okay, also, wie gesagt, das habe ich schon mal erzählt, aber ich spiele das erste Mal seit einem halben Jahr wieder. Ja. Oh, du bist auf jeden Fall schon ein leichter Knackes vor. Nach zwei Minuten. Okay, nach einem Minuten neuner Südstück hat er ein Trauerkasten auf jeden Fall. Der Start von dem Glied auf jeden Fall. Ja. Ja, also, wie du ja gerade bist, wenn ihr wo es dabei ist, wo es... Oh, kacke, der ist da nicht... Nennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennenn So, danke. Gut, jetzt steht es eins zu eins, aber das ist nicht so schlimm. Wir müssen halt einfach nur gucken, dass wir halt am besten müssen. Okay, Karte. Okay, Karte, ich habe da keine Dienst mehr. Okay, darfst du auch links da sind. Na, Karte, das war jetzt eins zu. Ja, geil. Ja, ist ja mal gut, Frau Klasse. Ja, so, bitte, bitte, bitte. Sehr geil. Gut, die anderen, die vorne jetzt auch rüber. Ich habe den größten Teil noch... Ja, wie gesagt, Leute. So. Ich bin nicht der Best. Ich bin nicht hier. Ich weiß nicht, vielleicht. Okay, Leute können wir mal sehen, wo der Ball ist oder hier. Das ist gut. Und hier, wenn ich hier nicht rauskomme. Das ist gut. Ja, danke. Fett. Na, nicht mehr einfach nur zur Fülle. Ja, perfekt. Einfach mal rumgedreht. So, jetzt werden alles flüssig. Ja, wow, Volvo ist wieder kaputt. Ja, okay, hier. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Okay, ich stehe gerade zu eins. Den wollte ich nicht irgendwo umradieren. Okay, das war der Knie von mir. Ja. Ja. Okay, so. Wie viel hat das jetzt die Fülle gebracht? Jawohl. Okay. 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 Das hatte ich ja noch nie so ein... in... in... wie auch immer. Abbrechen. Und... Ähm, ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück zum Hauptmenü und... mit dem Shop. Was ist das denn? Okay, wie wir sehen, sind wir nichts erstmal. Ich hab null. Gut. Okay. Ah, okay. Das kostet echt Geld. Wie ist denn jetzt hier? Die sind immer nicht so laut, ey. Okay. And begin now. Ja, gut. Ich hab null Albums. Ähm... Okay. 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 Gibt's hier auch Oceano. Zeug von dem. Belgien. Oh. Ist dann... Ist dann... Ist das ganz... Ist das Land, Leute. Ist das nicht? Hüfte bitte ganz laut in Höfe. Ich suche jetzt, dass ihr jetzt keine Farbe. Falls ihr die Musik vielleicht hören könnt. Könnt ihr sehen, Leute? Ich sehe es nämlich gerade nicht. Okay, das ist nicht schade. Ähm, oder habt ihr einen Toten gekocht oder irgendwas derartiges gesehen? Weil das ist nicht auch relativ cool. Okay. Äh, das ist ja. Okay, das ist ja. Okay, das ist ja. Also das ist ja. Okay, das ist ja. Wichtig, das ist ja. Das ist ja. Ich bin vielleicht sogar noch. Und das ist ja. Ich bin bald. ZEK! Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal und zwar heute mal mit Rocket League. Und zwar, ähm, suchen wir hier gerade noch den letzten, äh, drinnen, oder so wie auch immer. Es geht auf Punkt und wir gehen los. Oh, ja, klasse. Okay, ich bin dann da mal vor, die klopfen sich erstmal. Also, wie gesagt, ich spiele das jetzt gerade, ähm, zum ersten Mal. Ja, deswegen kann ich mich auch richtig. Auch einige, die lassen wir konzentrieren. Ja, das wird's doch nicht werden. Okay, also, der Ball ist jetzt bald wieder im Vorwärtsgegner. Und, ja, keine Ahnung, ich steile hier das Wasser ab. Okay, also, wie gesagt, das Spiel, das habe ich schon mal gefehlt, aber ich spiele das erste Mal seit einem halben Jahr wieder. Ja, also, wie gesagt, wenn ihr wohl dabei wusstet, Oh, kacke, der ist ganz nö, nön, nö, 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 nö. So, so, hier. Das war doch mal. Hallo. Hallo. Danke. Au, hallo. Hallo. Danke. Gut, jetzt steht es 1 zu 1, aber das ist nicht so schlimm. Wir müssen halt einfach nur gucken, dass wir halt am besten nicht. Okay, Kacko. Okay, Kacko, ich habe da keine Wüste mehr. Okay, das war auf jeden Fall gut. Na, Kacko, das war jetzt kein Pro. Ja, geil. Ja, ist ja mal gut, Hauslasche. Ja, so, bitte, so, so, warte. Sehr geil. Und, nein. Gut, die anderen, die fahren da jetzt auch sowieso öfter. Aber ich habe den größten, halb nur... Ja, wie gesagt, Leute. Wow. Ich bin nicht der Beste, wir haben den vier. Das lässt sich nicht vielleicht. Okay, Leute, können wir mal sagen, wo der Ball ist? Ja, dann hier. Ja, dann hier. Ja, dann hier. Ja, dann hier. Ich gehe einfach nur zur Tür. Ja, perfekt. Einfach mal rumgedreht. So, jetzt werden alles winkelt. Hann, wie gesagt. Ja,zufelg, ich montón. Ich bin nicht re告, Marcel Gast. Ja, ich glaube. Ja, ich kann es nicht. Mh. Jo. Okay, ich stehe gerade zu 1. Den wollte ich mir eben oben verbieten. Okay, das war doch gut von mir. Ja. Okay, so. Wie viel hat das wirklich viel gebraucht? Jawoll. Okay. Okay, das hatte ich ja noch nie so ein... Mh, wie auch immer. Abbrechen. Und... Ähm, ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück zum Hauptmenü und... Item Shop. Was ist das denn? Okay, wir sehen hier ja nichts erstmal. Ich hab null. Und... Ah, okay, das kommt jetzt echt, gell? Wie ist denn jetzt hier, die sind noch nicht so laut, eh? Wie ist denn noch nicht so laut? Wie ist denn noch nie? Uff. Und begin mal... Und jetzt wo wir noch mehr items. Und... Okay, gibt es hier auch Feiner Zeug von Lili, Belgien, U, Achso. Erstland, blablabla, ich sehe hier ein bestimmtes Land, Leute. Ich denke, es lebt. Ich rufe hier wieder ganz laut am Höfe. Ja, ich rufe, es hat die Ukraine Farbe. Ich weiß nicht, wie ich vielleicht Musik laut hören kann. Äh, blablabla, 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 blablabla. Ich rufe. Könnt ihr drehen, Leute? Ich drehe es nämlich gerade nicht. Okay, gibt es nicht schade. Ähm, oder habt ihr einen Toten guckt oder irgendwas derartiges gesehen? Weil das ist nicht auch relativ cool. Äh, blablabla. Ja. Ja. Okay, das ist nicht so. Okay, ich rufe, ich rufe, ich rufe. Ähm, blablabla, blablabla. Ähm, blablabla. zu sehen. Hallo!